Schau, das Ding weg von mir! Wie halten wir es auf, ohne Nova zu verletzen? Irgendwelche Ideen? Mein unwiderstehlicher Humor scheint irgendwie nicht zu wirken. Mehr fällt mir nicht ein. Ich übernehme das. Hey, nicht zu überstürzen. Er soll dir erstmal versprechen, dein Zimmer aufzuräumen oder sowas. Wann Scherz? Nicht berühren, sonst bleibt's an dir haften. Nicht, wenn du es kräftig genug berührst. Power Man, nein! Das ist übel. Okay. Hat Spaß gemacht mit dir, du Widerling. Aber jetzt wird es Zeit für dich runtergespült zu werden. Kapitän Verbindungssoldat! Elektronetze! Meine inneren Stimmen fangen echt an zu nerven. Sie haben recht, aber sie nerven. Na los, Power Man! Das ist doch für dich nicht mehr als ein Umhang. Wirf es ab! Ach, so ein Mist. Wir haben es geschafft, Harry! Ganz genau, Kinder! Euer heutiges Party-Highlight ist nicht zu Pfannkuchen zerquetscht zu werden. Alles Leben ist kostbar, du Kreatur. Was du tust, ist falsch. Lass ihn los, bevor ich vergesse, dass ich Pazifist bin. Hat jemand schon mal was von einem Distanzangriff gehört? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020